Ich bin der Flamitzer Gerhard, komme aus Deutschlanddorf im Nordburgenland. Ich stehe gerade vor dem E55. Wir bewässern jetzt seit ungefähr 35 Jahren mit der Firma Bauer. Wir haben diverse E-Maschinen von E21 bis E55, sowie einen Linearing, einen Linestar im Einsatz. Wir bewässern damit rund 200 Hektar Mais, Kartoffeln, Getreide und setzen jetzt eigentlich die letzten 35 Jahre auf Bauer, weil wir eben mit dem Kundenservice und mit der Qualität einfach super zufrieden sind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.